es hat nicht sogar da unten na klar das hat hier unten wenn ich jetzt noch wüsste da ist der spalt heißt das ist ungefähr hier unten das muss hier irgendwo muss eine möglichkeit geben darunter zu kommen aber wie und wo ich schlage hier jede wand ab das muss möglich sein hier geht es dahin wenn ich hier nichts finde dann muss ich zum blackmail drunter dann ist dazu also hier ist es schon mal nicht in dem teil da war ein titanite demon da hinten und 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 In den Sarg legen, lol. Ja und nun, ich schaffe erstmal ne Runde. Ja, aber mal ehrlich, ich seh hier auch nischt weiter so. Hm. Irgendwas, um dem mehr Schaden zu machen. Wir haben schwarze Feuerbomben. Noch ein paar Seelen. Ich kann ihm die ja mal in den Kopf schmeißen. Gucken, was er davon hält. Vielleicht hat Fien den mal anvisiert. Obwohl ich direkt davor stehe. Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Alter! Der kloppt ein halb instant weg, ne? Na egal. Wo legt mir hier nochmal die Seelen? Wie kommt man da hin? Da ist ein Schmied hinter. Ich hasse die Statue. Äh, aber da muss man ja irgendwie hinkommen. Da muss man ja irgendwie hinkommen. Aber wie? Geil, die liegen direkt vor dem. Danke dafür. Das interessiert ihn überhaupt nicht, wenn ich sowas mache. Alter! Die den Gegner nicht sonst viel langsam machen können, ist klar. Aber ein bisschen angemessen muss es schon sein. Häh, häh, häh. ich bin verwirrt ich bin verwirrt vielleicht sollte ich auch noch gar nicht hier sein ist das wäre so und wenn man meine seelen meine seelen teleport hier ja leute mich zurück zum leuchtfeuer und man ob ich leveln kann hat sicher hier leider so nicht sehen sieben tausend ich glaube oder glaub ja wenn ich die ausgegeben habe wir haben wir oder seelen inventar dann geht man zum black knight das ist das einzige was mir noch einfallen würde aufsteigen 200 brauchen wir nur noch ich hier ist besser ich glaube die ist besser ein bisschen zu viel aber ist egal aufsteigen so wer für ein bisschen mehr vitalität oder mehr kondition ach komm dass das schlimmste was passieren kann so wir gehen mal zum black knight mal gucken ob da vielleicht weiter geht mein irgendwie muss man da herunter kommen wenn da nicht ja dann muss ich ja beim titanite demon da irgendwie lang gehen machen wir die zwei skelette die da noch warten und dann mal gucken wir uns wie oft uns der aus dem leben klatschen wird zweite kann bedroht gleich kommen und zack einmal runter so hier sind wir glaube ich das erste mal durch ne keiner da ach dann war das der black knight der ist hier runter gesprungen na danke das bringt mir jetzt nur noch weniger es sei denn dass man hier jetzt vielleicht irgendwie durch kommt nope ich schon mal nicht ja und hier geht er doch nur runter ich sag mal so wie schwierig wäre denn mit denen im knick zum boss zu kommen okay es ist auf jeden fall ein boss es ist auf jeden fall ein boss Baut der die Skelette zusammen, der Sauhund? Macht der wirklich, oder? Guten Tag. Feuerrad. Hey. Scheint nicht sonderlich stark zu sein. Okay, der ist der hintere. Ich werde mich mal ganz gut heilen. Aber nur, weil ich nicht kann. Ist es nicht. Das werden immer mehr. Verstehe das Problem. Ach, du warst das, ne? Nee, auch nicht. Okay. Dann du halt. Was ist die Kunst des Entfachens? Kannst du Leuchtfeuer stärker entfachen? Okay. Ja, ist doch gut. Ähm. Okay. Maske der Mutter. Was ist denn die Maske der Mutter? Ist das was zum Anziehen? Ist das ein Helm? Maske der Mutter. F. Äh. Magieabwehr relativ gut. Okay. Äh. Erhöht die Anzahl der TP geringfügig. Hey, was haben wir denn so gerade an TP? Sag ich mal. 793. 793. 990. Na ja, immerhin fast 100 mehr, ne? Aber nee, nee, ist schon gut. Welchen hatten wir an? Ich glaube den, ne? Aber wenn ich den für 3 anhatte, kann ich auch den für 3 anziehen. So. Okay, okay. Weiter im Text. So. Geh lang. Hoppa. Kann sein, dass jetzt ganz schön dunkel wird hier. Du Scheiße. Das Aufschleichweg. Ich werde ihm nicht gleich erschrecken. Gebt ein alter. Ach, und jetzt bin ich wieder hier. Okay. Gut. Gehe ich hier weiter? Ich denke mal, ne? Jo, wieso nicht? Gibt es jetzt nichts, was dagegen spricht. Hoch hier. So, und hier nochmal hoch. Okay, und jetzt geht weiter und ich sehe gar nichts. Stehe ich irgendwie an dem Abmund? Alter, ich sehe meine Hand vor Augen nicht. Grab mal der Riesen. Sind da zwei Augen? Sehen aus wie zwei Augen. Wer ist da? Aua. Rinken. Ganz ehrlich, ich habe 18.000 Seelen. Ich will hier nicht sein. Ich will überall sein, aber bestimmt nicht in einem Gebiet, wo ich nicht mal gerade ausgucken kann. Welches Gebiet hatten wir denn noch offen? Irgendeins war doch noch. Gott, wie soll ich denn jetzt niemals zurückkommen? Äh, Heimatknochen. Komm. Jo. Irgendein Gebiet hatten wir doch noch. Hm. Ach, Waffe verstärken. Aufsteigen. Jo. Oder? So. Jo. So geht klar. Okay. Irgendein Gebiet hatten wir noch. Aber welches? Wieso bin ich hier bis jetzt immer noch nicht lang gekommen? Okay. Okay. Ich glaube, ich gehe hier nochmal hoch. Stimmt, man kam ja auch, glaube ich, hier unten noch irgendwo hin, ne? Jetzt haben wir gerade nicht so viele Seelen. Nein. Ich wollte mich heilen. Oh, ah. Es ist es. Okay. Was ist mit dir? Du hast meinen Fokus gespürt. Moin! Was ist das denn? Du brauchst ein paar Smithen? Dann produzierst du mir ein paar Wehrs. Kaufst du auch einfach nur was? Einkehrknochen? Kleine Scherben? Okay. Pfeile. Ich bin hier für ein Smithen, nicht ein Chit-Chap. Alles klar. Ähm... Joa, was du? Jetzt sind wir hier wieder. Alles klar. Ähm... Ich kann nicht an Feuer. Jetzt aber. Ähm... Einfach... Waffe aufsteigen können wir alles nicht. Wo geht... Ich sehe da in dem Gebiet sehe ich halt überhaupt nichts, ne? Hm... Kommen wir denn da hin? Ja... 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 Alles klar. Kein Bock. Nö... Wir gehen zurück. Wenn wir irgendwie zurückkommen... Muss ich da nochmal... Muss ich da nochmal... Oh Gott. Oh ja, nochmal komplett zurück hier. Geil, ich wäre sogar in die falsche Richtung gelaufen. Da wird nämlich zurückgegangen. Ich bin schon wieder tot. Wie soll ich jeweils wieder zurückkommen? Hm? Alter! Hoch! Das war zum Glück gar nicht knapp. So, hier sind jetzt die zwei Skelette. Okay. Hier hoch. Was hat mit dem Sarg da auf sich hat, weiß ich, aber immer noch nicht. Ich lege mich da noch mal rein. Ich habe jetzt einen Boss gekillt. Vielleicht bringt das irgendwas. Mal gucken. Oh, wie schön er entspannt wir da liegen. Welches Gebiet hatten wir denn? Die Tiefen. Ja. Genau. Dann gehen wir da hin. Ich glaube, das gefällt mir mehr als hier. Wo ich nichts sehe. Ich muss erst mal da hinkommen. Wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin? Aua. Ich wollte eigentlich, dass die Schädel die platt machen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder zurück? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Aber dann komme ich ja auch nicht weiter. Schon wieder da chillt. Das habe ich jetzt bestimmt schon achtmal oder so. Ja, 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 hier werde ich wieder beschossen. Wenn ich da runtergehe... ...komme ich dann aus? Komme ich dann nicht hier oben irgendwo aus? Ich glaube, für heute sind meine Konzentration überansprucht. Ich glaube, für heute lassen wir das mal lieber sein. Ja, nächste Folge werden wir dann mal gucken, dass wir uns irgendwie wieder auf den Weg nach oben machen. Ich weiß gerade echt nicht, wie wir das schaffen könnten. Keine Ahnung. Naja, wir werden das schon schaffen. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.